Einen wunderschönen guten Tag und Willkommen zurück bei Grim Dawn. Ach Gott, in Wirklichkeit habe ich mich hier keinen Meter von der Stelle bewegt, auch wenn ich so eine knappe Stunde Pause gemacht habe beim Spielen. Andererseits habt ihr einen knappen Tag Pause beim Zugucken gemacht, voraussichtlich, wenn ihr das nicht alles viel, viel später nach Release guckt. Von daher, wie auch immer, ich prügel mich jetzt mal weiter durch das faulende Ackerland und wir müssen, ich muss erst noch mal ganz kurz gucken, was wir überhaupt alles machen müssen, das habe ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Vernichte die ätherische Amalgamation, das war auch irgendwo hier in der Ecke, oder? War das nicht im faulenden Ackerland? Oh Gott, wo geht es denn hier hin? Oh, hi! Wo kommen denn jetzt die ganzen Harpien her? Könntet ihr nicht in großen Haufen nachspawnen, sondern einfach einmal angewackelt kommen und gut ist? Ja, ja. Da caste ich doch gleich nochmal den Urgeist rein. Den Springer-Urvater unter den Pads, falls... So, können wir jetzt mal ein bisschen aufräumen? Danke. Geht doch. Was haben wir denn da so drin? Ach, guck mal. Schulterplatten von Drecksblick. Drecksblick, 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 Drecksblick. Säure Schaden, Gift Schaden, Lehm. Ja, nee. Danke. Aber nein, danke. Dieses vergoldete Gewand der Sturmböen ist mäßig spektakulär, möchte ich sagen. Äh, das ist eher unser alter Schulterpanzer, den wollte ich ihr verkloppen. Ja, wow, das ist aber jetzt alles. Äh, das ist bestimmt später ein Kopfgeld. Könnte ich mir... Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Ha. Völlig übersehen. Lass mal schon auf. Wow. Best Loot ever. Dadurch, dass ich den Itemfilter halt hochgestellt habe und normale und magische Items gar nicht mehr angezeigt werden, sieht das jetzt immer so wahnsinnig unspektakulär vom Drop her aus, weil so, wow, da ist Eis mal rausgekommen. Fett. Ist es immer so. Ach ja, wollte mich eigentlich verarschen, aber prinzipiell ist das ja völlig okay. Da droppt ja mehr, es wird eben nur nicht angezeigt. Aus gutem Grunde. Ah. Hier noch was? Ah, guck mal einer an. Ist das Ding gerade ruhenloser Erdarbeiter? Ich bin so schnell wieder verloren und konnte dann... so fix auch irgendwie nicht lesen, wie er dann tatsächlich hieß. Würde mich aber nicht wundern, wenn ich ehrlich bin. Okay. Kleine Hütte, kann man machen. Dank der Wiederherstellung. Olé. Jetzt auch schon wieder so ein Lager, dass... Diese kleinen Lager schreien immer so, ah, hier ist irgendwas. Oder hier könnte was sein, aber manchmal sind die, glaube ich, einfach nur zufällig in der Gegend, wenn wir auch da sind. Halten so ein kleines Schild hoch, Mensch, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich noch mal. Aber... Nun ja. Oh, und die denn alle hier? Stehen hier wie angewürztet auf dem Feld und machen nichts, bis wir vorbeikommen. Als wären sie da irgendwie gepflanzt worden und hätten nur darauf gewartet, dass wir tatsächlich mal zum Ernten vorbeischauen. Letztendlich ist es wahrscheinlich genau das. Ich halte mich in letzter Zeit, übrigens, das heißt in letzter Zeit, zumindest in dieser Folge und auch Ende der letzten Folge schon, eigentlich ganz gut aus den Kämpfen raus. Also inzwischen, also was heißt inzwischen, auch vorher haben die Pets das eigentlich schon ganz gut allein geregelt, aber gerade ist es so, dass ich es vom Killspeed auch akzeptabel finde, wenn ich nicht mit reinhau. Okay, bei so einzelnen Viechern ist das mal was anderes. Bis meine Pets da sind, kann ich ja da mal draufhauen. Aber gerade bei sowas... Ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob ich nicht doch noch... Es ist so, ich will eigentlich alles skillen. Ich bräuchte jetzt bitte sofort ungefähr 60 Skill-Punkte. Vielleicht euer 80 und dann wäre ich glücklich. Dann könnte ich das machen, was ich wollte. Das wird aber so schnell nicht passieren. Das ist traurig eine Sache. Ich bin am überlegen, ob ich nämlich das Okkultisten-Thermometer noch ein bisschen hochziehe. Einfach um ihm hier noch ein paar Punkte mit zu verleihen. Also einfach, dass er ein paar andere Fähigkeiten auch kriegt. Das ist glaube ich gar nicht so das verkehrteste. Weil dann könnte er noch krasser sein, als er im Moment eh schon ist. Also er ist jetzt im Moment... Warum habe ich denn... Warum ist bitte der Urgeist nicht mal auf der rechten Maustaste? Wird der mich eigentlich verarschen? Der war doch mal ohne Witz. Der war vor... Fünf Minuten war der da noch drauf, oder? Anfang der Folge. Das muss man mir eben in der Aufnahme angucken. Wann das da wirklich glitscht ist. Wahrscheinlich aus Versehen irgendeine Taste gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Ich meine, ist ja auch nicht so, als hätte ich denn nicht auch auf der 3 liegen. Und als würde ich hier die ganze Zeit die 2 und die 4 drücken, um... eben den Fluch und die Ranken zu casten. Und könnte da auch bequem mal die 3 zwischenpacken, aber... naja. So, wie komme ich denn da jetzt am... so am geschältesten, ne? So, da geht er da hin. Nicht nur... Aha. Blight Feast angreifen. Natürlich. Warum targeten die alle mich? Können die das mal bitte lassen? Oh. Armschienen der Donnerberührung klingt irgendwie... nach einem Magier-Item. Uh, von wegen. Ich glaube, die könnten ganz nice sein. Auf den ersten Blick habe ich nur 19% physischer Schaden gesehen. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Was machen unsere aktuellen Armschienen denn? Blitzwiderstand, Gift und Säure Widerstand. Okay. Blitzwiderstand haben wir drauf. Gift und Säure sind wir eh noch am Maximum. Der Blitzbolzen ist mir ein bisschen egal. Eins auf Sturm... Ne, zwei auf Sturmflut, eins auf O. Gewalt ist natürlich so... Also die 19% physischer Schaden sind prinzipiell nett, um unseren... Warum? Sag mal... Ach, ich habe aus Versehen die Waffenhand gewechselt. Darum. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Darum war auch der Skill von Rechtsklick weg. Okay. Ähm... Ja, wäre prinzipiell ganz nett, um unseren Schaden ein bisschen zu buffen. Aber eigentlich wollen wir ja gar nicht selber so viel zuhauen. Und abgesehen davon machen die eben weniger Resis. Weniger Rüstung. Und bringen halt nur was zu Skills, die mir nichts nutzen. Hm. Also der Blitzbolzen ist prinzipiell gar nicht so verkehrt. Aber... Ne. Nicht so. Ganz ehrlich, eher nicht so. So, irgendwas fehlt da noch. Du fehlst da noch. Hauptsache davon haben wir inzwischen 13. Ist doch nicht wahr. So, da unten ist noch was nicht aufgedeckt. Dann... For fuck's sake. Gucken wir da eben auch nochmal hin. Braucht doch alle XP, die ich kriegen kann. Sonst weine ich am Ende wieder total rum. Äh, ich krieg total auf den Sack. Ne, ne, ne. So, dann haben wir da jetzt aber tatsächlich alles erkundet, ne. Bis auf so ganz kleine Teile. Aber ganz ehrlich drauf geschissen. Ähm... Dann... Gucken wir doch mal hier rechts rüber. Was sie hier... Oh Gott. Nein. Nicht doch. Da sind die Wespen zu dieser Party eingeladen. Und auch so schon genug Insekten. Ich muss übrigens sagen, ich finde das Trank-Konzept hier relativ angenehm. Also ist jetzt auch nicht unbedingt die neueste Idee. Aber... Ähm... Prinzipiell, dass es einfach nur eine Sorte Heiltränke und eine Sorte... Äh... Mana-Tränke gibt. Und die einfach immer einen gewissen Prozentsatz auffüllen. Und man irgendwie nicht acht verschiedene Sorten... Uh, da ist ein ungekennzeichneter Dungeon. Da will ich auf jeden Fall rein. Ähm... Da ist garantiert irgendwas Lustiges drin. Ne, also... Ähm... Dass man halt nicht irgendwie fünf verschiedene Größen hat. Wie in Diablo 2 zum Beispiel noch. Ich weiß gar nicht... In Torchlight 1 war das glaube ich auch noch so. Dass es ganz viele verschiedene gab. In Torchlight 2 weiß ich es gerade nicht. War das immer so... Oh Gott, ja... Nehme ich jetzt die Tränke? Oder nehme ich doch schon die Tränke? Und... Das ist immer so... Bla bla... Die grauenhafte Ernte. Da mussten wir... Ah... Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Oh Gott, die sind ja alle voll Lobob hier. Was soll denn das? Ja, okay, dann geht's... Ja, wo auch immer es dann weiter geht. Also ob es hier weiter geht oder links weiter geht, kann ja auch hier weiter... Also... Vielleicht auch in beide Richtungen. Niemand weiß das. Äh... Wir gucken mal zurück in... Zurück? Nein, erstmal überhaupt rein. Königlicher Schwarm. Natürlich. Äh... Moment. Das klingt schon irgendwie so nach... Eigentlich der Hauptquest eher, wenn ich ehrlich bin. Aber... Die wäre wohl nicht in einem nicht gekennzeichneten Dungeon. Fragen über Fragen. Weg, du... Fällst auch um... Und... Uh... Maske des Deliriums. Das ist die Fresse, die man zieht, wenn man besoffen ist. Großartig. Schauen wir uns gleich an. Ich, äh... Klopf hier nur noch ganz kurz um zum Monster. Ist jetzt nicht so, als bräuchten wir ultra dringend einen neuen Helden. Oh Gott, hier gibt's ganz viele Ein- und Ausgänge. Tunnel. 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 Ausgang. Eingang. Eingang. Ich bin verwirrt. Ach Gott, schon das nächste Heldenmonster. Was ist denn hier los? Großvisier Losakal. Ja, aber die Großvisiere mussten wir ja Platten machen, oder? Ja, genau. Das ist doch auch der eine, den wir für die Haupt... Okay. Ja, krass. Kann die Hauptquest auch mal in einem nicht gekennzeichneten Dungeon sein? Warum auch nicht? So, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Pheromondrüse. Das ist ganz gut. Blutschursalbe. Natürlich. Äh. Ah. Ich muss gerade sagen, irgendwas ist falsch mit meinem Urgeist. So, was kannst du denn? Stufe 40, bedauerlich Durchschlagsschaden. Ja, Anrufsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit, Wahrscheinlichkeit Geschossen auszuweichen. Hm. Hm. Was macht denn Merkendes? Verwirrung des Ziels. Na, ganz toll. Also ganz ehrlich, dafür, dass das Ding Stufe 40 ist, hat es mal eine gute Rüstung und macht halt nicht Durchschlagsschaden, aber es ist jetzt auch schon wieder... Boah, ich weiß nicht. Überzeugt mich irgendwie nicht so. Also aufheben, klar, keine Frage. Aber sonst... Ich weiß nicht. Ich glaube, da geht es noch weiter runter. Wird das jetzt hier sowas wie die Wurmgruft in Diablo 2, wo wir uns jetzt ganz weit nach unten prügeln, also so irgendwie drei Etagen nach unten prügeln müssen? Ich weiß nur nicht, wo wir... Geh mal weg da. Wo wir den zweiten Großvisier finden, ob der noch auf der Ebene ist oder ob der eine Ebene weiter unten ist. Das ist die Frage aller Fragen. Von daher gucke ich eher nochmal hier rum. Bevor wir den hier irgendwie übersehen und dann weiter nach unten latschen. Also wahrscheinlich wird er einfach in der Ebene da drunter sein. Das wäre logisch, aber ich weiß es halt nicht. Abgesehen davon will ich ja eh immer alles erkunden. Von daher nehme ich das hier nochmal komplett mit. Nur für den Fall, dass der tatsächlich noch hier sein sollte. Nicht, dass wir am Ende irgendwie vor der Kammer der Königin stehen und dann wieder zwei Ebenen hochlatschen müssen, nur weil wir hier nicht alles erkunden haben. Das würde ich eben ganz gern vermeiden. Gott, da geht's hier überall nochmal runter. Auch das wieder die perfekte Möglichkeit an Lord of the Weeds Zitat zu bringen. Guck mal wie das gemacht ist, mit so viel Liebe zum Detail. Hier geht's überall nochmal runter. Wie kann man das nicht abfeiern? Was zieht denn alle für eine Fresse? Du auch Legolas? Ach ja. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Lord of the Weed ist eine ganz... Achso, einerseits schäbige, andererseits großartige Synchro von Lord of the Rings natürlich. Ich glaube aber, das feiert man echt nicht mehr ab, wenn man sich das jetzt irgendwie zum ersten Mal anguckt. Weiß ich nicht. Ich meine, das ist uralt. Das ist von, keine Ahnung, Anfang 2000 irgendwann. Also so, keine Ahnung, 2002 oder so? 2003? Irgendwie so, als die Filme eben aktuell waren. Also im Kino. Die Herr der Ringe Filme und... Ja, keine Ahnung, ich habe das glaube ich in der, was weiß ich, 11. oder 12. Klasse oder so, halt mitgenommen. Wir haben das da halt total abgefeiert. Wir haben uns wochenlang fast nur in Zitaten aus... Und ich muss ganz ehrlich zugeben... Ein paar Sachen, wie zum Beispiel Arschleckenfeuerwerk, sind auch total in meinen täglichen Sprachgebrauch übergegangen. Ach komm, da haben wir auch nochmal mit drauf, weil wir es können. Sturmgeladene geraubte Hoda. Was ist eine Hoda? Ein seltener Einhänder, der massiv wenig Schaden macht. Im Vergleich zu unserem Zweihänder, aber das ist das Problem mit Einhändern ja immer. So, dann könnten wir jetzt eigentlich runtergehen. Aber ganz ehrlich... War ja total klar, dass ich das nicht mache, oder? Also... Mir zumindest. Weiß nicht, wie das bei euch so aussieht. Mir hingegen war völlig klar, dass ich das trotzdem noch zu Ende erkunde. Gelange in die Höhle der Königin klingt auch ein bisschen falsch. Aber... Naja... Ist ja nicht mein Problem. Also irgendwie schon, aber... Irgendwie auch nicht. Ist ja nicht meine Höhle. Guck mal, was haben wir denn da oben? Die Höhle der Königin. Birch, please. Da müssen wir noch gar nicht runter. Ich könnte hier überall runter, aber das ist offenbar gar nicht nötig. Von den Großvisieren verschlossen am Arsch. Ah, Geronimo! Hallo! Das machen wir jetzt einfach nochmal. Königin übertreten. Also die wird garantiert auch ganz viele Viecher nachspawnen. Aber ich würde trotzdem gerne so viel wie möglich vorher aus dem Weg räumen. Einfach um auch ein bisschen Fläche zu haben, wo ich mehr oder minder entspannt hinfliehen kann. Und wo hier dann nicht noch so eine Knilchviecher rumsitzen. Na, ein Level Up werden wir vorher nicht kriegen. Dafür kriegen wir hier zu wenig XP. Ich habe gerade noch kurz überlegt, ob... Also so viel fehlt ja nicht mehr. Es sind ja nur noch, keine Ahnung, 5000 oder so. Na ja, 8000 XP. Aber... Das wird vermutlich nicht reichen. Weiter unten in den Höhlen könnte übrigens in der Tat noch ein Devotion Shrine sein. Also es ist jetzt nur so eine Idee. Es ist nicht gesagt, dass da einer ist, aber es würde sich total anbieten, dass da noch einer ist. So ganz nebenbei erwähnt. Haben wir die Königin getriggert? Ich glaube ja. Schade. Nun ja, passiert. Ja, gar nicht so geil. Äh, wenn wir Glück haben, ist die so fett, dass sie mit ihrem Arsch in der Wand feststeckt. Und wir, äh... den in der Hölle noch mal nachkasten müssen. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber... dass wir vielleicht gediegen erstmal... die Wächter hier vorne weghauen können. Da kasten die die nach. Da fängt mir gerade so ein bisschen in den Überblick. So. Ach ja, okay. Die bewegt sich auf jeden Fall nicht mehr weit. Die ist da auch total eingesponnen. Ach, 42. Guck mal. Weg ist sie. Wie Gabi. Es sei denn, das war noch nicht ihre Final Form. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Na, das war total klar. Hat sie ihren fetten Arsch abgelegt und jetzt ist hier aber Party am Start. Zeig mir deine Moves, Bitch. Wow, du kannst einen Stein schmeißen. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Das ist die Low, Alter. Habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr von erhofft. Mein Briarthorn kriegt halt ein bisschen aufs Maul, aber... So. Adieu. Nö. Natürlich. Wir finden irgendwie alle Nase lang irgendwelche epischen Items, aber von den fetten Bossgegnern kommt dann halt so des Zauberers Zauberklinge mit zauberhaften Kackwerten. Hurra. Danke für nichts. So. Hier ist ja enorm was los. Ja, das... War... Okay. Gibt es hier noch eine Truhe? Nein. Ja gut, dann gehen wir wohl mal wieder raus. Hier noch irgendwas? Irgendwie sieht das hier auf der Map so aus, als wäre da was, aber... Ich glaube es ist einfach nur so ein Kumpen von der... Oder es ist da einfach so. Hier. Dann gehen wir nochmal dahin. Und gehen in der Tat nochmal eine Etage weiter runter. Wenn wir das können. Da noch was? Nein. So, da ist der nächste Abgang. So, Lebensdassens brauchen wir gar nicht auch. Gut, äh... Hier oben steht noch wer? Stand noch wer? Tja, ich könnte jetzt wahrscheinlich die Quest abgeben in Homestead und würde dafür vermutlich... Total im Level aufsteigen. Andererseits würde ich auch nochmal hier runter gucken. Vielleicht erledigt sich das dann ja schon mit dem... Da geht es doch auch noch irgendwo hin. Hallo. Schrott, Eisen, Tränke, geht klar. Da ist zu, da ist zu. Okay. Dann hier runter. Dahin jagende Höhle? Ernsthaft? Dahin jagende Höhle? Ist... also... ne... Ich weiß nicht wie es im Original heißt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll übersetzt ist. Vielleicht wortwörtlich, aber nicht sinnvoll. Also wenn man da irgendwie Höhle der Jäger oder so draus gemacht hätte. Oder... ich... keine Ahnung, aber nicht dahin jagende Höhle. Weil diese Höhle bewegt sich nicht. Sie jagt nicht irgendwohin. Es macht einfach gar keinen Sinn. Ich bin zwischendurch auch immer so ein bisschen versucht, äh, vergesse es dann aber immer wieder. Äh, mir einfach mal die Textdateien anzugucken und einfach mal random irgendein Bullshit reinzuschreiben. Kann ja offenbar nicht so schwer sein. Andererseits habe ich auch immer so ein bisschen Angst, äh, mich zu spoilern. Und weil ich eben nicht weiß, wie die ganzen Texte in der Datei, in den Dateien, wie viele auch immer es sind, vermutlich mehrere, äh, wie die da geordnet sind. Nicht, dass ich da aus Versehen irgendwas rauskrame, was ich eigentlich gar nicht rauskramen will und dann schon was weiß von der Story vielleicht oder so. Oder von eventuellen Abschnitten des Spiels, wovon ich noch gar nichts wissen will. Abgesehen davon sieht das irgendwie gerade nicht so aus, das wäre das hier spannend, oder? Hat sich jetzt eher so... Kann ich dann... Ja, hat sich irgendwie nicht so richtig gelohnt. Hm, so die Frage ist... Wie ist das jetzt bei den anderen Abgängen? Da gibt es ja noch zwei weitere. Ich glaube, ich gucke da einfach mal kurz runter, gucke, ob auf der Minimap ein Devotion Shrine gekennzeichnet ist. Und, äh... Hol mir auf jeden Fall noch das Level ab auf 37. Ich weiß auch nicht, wie früh hier eventuell die Devotion Shines eben gekennzeichnet sind. Also eigentlich ja, aber es ist so... Ich vertraue der ganzen Geschichte nicht so. Außerdem gibt es hier eine fette Kiste. Dafür hat es sich schon gelohnt. Wenn das so ist, gehen wir das dritte Gebiet definitiv auch runter. Okay. Schlund der Bestie. Das trifft's. Sturmgeladene, stählende Salvenpistole. Wow, Schlund der Bestie ist bedauerlicherweise ein Schild. Okay. Alter, wir müssen auf jeden Fall bald mal verkaufen. So viel Shit im Inventar. Ey, diese ganzen Salben. Alter, niemand braucht die. Was macht die hier? Chaos-Widerstand. Feuer-Widerstand. Also ganz ehrlich, äh... Wenn wir vorm, keine Ahnung, finalen Boss-Monster stehen, creme ich mich einmal fett ein. Aber ansonsten ist das so, ja... Lass mal nicht machen. Hatte ich hier nicht noch irgendwas? Achso, ich wollte die Dinger wieder rüber sortieren. So, irgendeins noch. Du auf jeden Fall. Ach Mist, ich hatte auch total die Theorie, was ich hier noch machen wollte. Vielleicht hat das auch schon irgendwer geschrieben. Ich weiß es nicht, aber... Äh, du musst auch noch rüber. Ich hatte noch mal eine Idee, wie ich hier demnächst, äh, bezüglich... Sortierverfahren, beziehungsweise Auto-Zusammenfüg-Verfahren mit den Teilen da vorgehen wollte. Beziehungsweise ich wollte mal eine Sache ausprobieren. Das kann ich aber eben erst wieder machen, wenn wir was zum Auto kombinieren haben. Was jetzt definitiv nicht der Fall ist. Ich würde ganz gern nicht mitten im Gegröße stehen. Danke. Oh, Büsminus Fesseln. Ist das nicht auch noch ein... Oh, hallo. Äh, ist das nicht eigentlich auch... Oh, Alter, mach das schon. Ein... Ein Skill... Äh, Quatsch, ein... Ein Sternbild. Hier war so. Jetzt fällt schon rum. Danke. So, Stacheln, Panzer... Tudö. Tudö. Und wandert es nicht automatisch darüber. Aber doch, das tut es. Das ist... Toll. Ganz, ganz toll. Da freue ich mich. Nicht. Das ist ganz nice. Verbessert alle Brustrüstung. Zwei Prozent auf alle Schadenstypen und so. Gar nicht so verkehrt. Gott, wir sind massiv über die Zeit. Ich muss mal total, äh... Ich muss hier mal ein Päuschen machen. Vielleicht mal einen kleinen Kaffee trinken. Ich bin nämlich eigentlich total matschig im Hund. Die letzten drei Tage dank Arbeit massiv zu wenig geschlafen habe. Also, es hat gar nicht zwingend was mit Arbeit zu tun, sondern einfach daran, dass ich, äh... gewohnt bin, so früh anzufangen, wie es in den letzten Tagen notwendig war. Hat aber ein bisschen jeden Standardgegner Level 41. Was denn hier passiert? Äh... Ja, das hat eben so ein bisschen meinen Tagesrhythmus zerfickt. Weswegen ich ein bisschen Schlafmangel habe. Und ich glaube... Einfach gleich nochmal so fünf Minuten vom Rechener weg müsste. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Äh, wir skillen trotzdem nochmal ganz kurz. Ich kann mich eigentlich immer noch nicht entscheiden. Ganz ehrlich, wir könnten hier einfach mal Punkte reinpacken, weil es ja auch einfach Leben bringt. Und Stats. Und das ist alles eigentlich gar nicht so dumm. Und irgendwie ein bisschen Flächenschaden... für... den Hellhound... ist, glaube ich, eh nicht das dümmste. Das hätten wir vermutlich lange schon mal machen sollen. Dann knüppelt er vermutlich auch nicht... äh, auch noch deutlich besser rein. Todesbolzen. Großartig. Ich bin froh, dass sie es nicht mit verdammtes Bolzen übersetzt haben. Ah... So viele Sachen, die ich dazu sagen könnte, aber die ich mir einfach schenke. Nun gut, ähm... Ich... Ganz ehrlich, ich, äh... Mach hier, glaube ich, in der Session noch nicht wirklich Pause. Sondern mach hier schon nachher noch weiter. Aber ich muss trotzdem noch eben vom Rechner weg, weil ich... Ach nee, wir sind doch total durch, ne? Das ist ja der Ausgang. Ha! Total gut. Dann haben wir hier alles mitgenommen. Dann haben wir das zumindest abgeschlossen. Das ist okay, dann latsche ich aus dem ganzen Stuff hier eben nochmal raus. Und dann... Jetzt geh schon raus dann. So, dann können wir nämlich nächste Folge, äh, hier mal ein bisschen weiter erkunden. Wobei, ich glaube, ich gehe erstmal eher hier so lang. Und, äh, abgesehen davon müssen wir auch erstmal die Quest abgeben. In die Hauptquest, nachdem wir den Schwarm vernichtet haben. Und... Gucken wir einfach mal. Von daher erstmal danke fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.